Ich weiß nicht, ob ich hier noch eine Weile draufstarren soll, ob es was bringt. Da ist was. Das ist ein Schuh, oder? Das ist ein Schuh, mit dem ich wie mit allem anderen hier nichts machen kann. Das ist jetzt eine Ratte, zumindest mal so ähnlich. Vorher war das ein Hirsch, glaube ich, oder? Oder was anderes? Ich weiß es nicht mehr genau. Das sind jetzt gegebenen... Ne, das sind nicht die gesammelten Dinger da. So viele habe ich nicht gesammelt. Das weiß ich. Das habe ich gesammelt, das habe ich gesammelt, das... Vielleicht sind es doch die gesammelten. Weiß man ja nicht. Vielleicht würden hier dann auch noch zwei fehlen. Das sieht so ein bisschen so aus. Aber ich habe nicht so viele aufgehoben, oder? Hier ist auch eine Lücke. Kann es sein, dass ich so viele gesammelt habe von denen? Da steht immer noch dasselbe drauf. Es gibt eine Welt neben der unseren. Ja, genau. Kennen wir alles. Also gut. Ich werfe noch einen klitzekleinen Blick nach unten. In der weißen Voraussicht, dass da nichts weiter passieren wird. Ich habe aber meines Erachtens ein Dinger gefunden. Ein neues. Nicht, dass das jetzt noch wichtig wäre. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt automatisch da drin gelandet ist. Das ist ein lächelnder Mund oder so. Obwohl es irgendwie komisch aussieht. Das ist jemand. Das ist auch jemand. Ich frage mich, woher sie diese Bilder haben. Oder ob sie sie selber gemacht haben. Aber ja, mein Menü, also mein Inventar ist auch komplett leer. Also ich kann jetzt weder durchdrücken irgendeiner Taste, noch sonst wie irgendwie hier da sehen, was ich gesammelt habe. Das haben wir uns hier angeschaut, bzw. angehört. Das haben wir gelesen. Das machen wir wieder aus. Ihr wählt da immer noch ein Buchstabe. Das werde nicht ich sein. Wenn du mich wieder siehst. Okay. Das werde nicht ich sein, wenn du mich wieder siehst. Gehen wir einfach mal jetzt rauf. Also Recording, das wird wieder nicht gut. Schätze ich. Deswegen gehe ich jetzt da oben und schaue mir dieses Band an. Dann müsste da jetzt nämlich der Kopf drauf kommen auf die Puppe. Nun. Nun. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kann ich das nochmal drehen? Okay. Ja. Das hilft mir gerade nicht wirklich weiter. Muss ich das nochmal drehen? Noch dreimal, viermal? Weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich einfach nochmal hierhin zurück. Oh, das ist mein bester Freund da. Den habe ich hier kennengelernt in dem Spiel, ja. Moment mal. Kann es denn sein, dass es näher kommt, wenn ich hier drehe? Okay, da bin ich jetzt zu weit weg. Ja. Das hat sich definitiv auch jetzt bewegt. Macht so nix. Jetzt komme ich aber auch nicht mehr dran vorbei. Das habe ich mir, glaube ich, angeguckt. Oder? Ich komme jetzt eh nicht mehr hin. Ich vermute, ich muss das Ding jetzt so lange drehen, bis das Biest mich verschlingt. Denn es gibt ja Bitteres für die Verbitterten. Nicht wahr? Na? Eine Kette. Aha. Das wird mir jetzt langsam auch hier ein bisschen zu creepy, ne? Also alles komisch hier. Gerade das Gefühl, ich hätte es auf Süßes der Süßen lassen sollen. Aber wie wäre es dann weitergegangen? Ah ja. Das ist natürlich jetzt übel, ne? Das ist ja zum Kotzen. Okay. Batterie, das Dualshock-Controller ist fast leer. Das wird jetzt wohl noch reichen bis zum Ende, wa? Okay. Dieser Ort fühlt sich nahe, haben wir gelesen, ne? Alles klar. Also. Es scheint ja wohl nur einen Weg zu geben. Ähm. Süßes der Süßen. Jetzt lassen... Ja gut, aber wie gesagt, wenn ich es so lasse, passiert ja ja auch nichts. Hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Spiegel. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Frage ist, ist diese Information für mich schon wichtig oder nicht? Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich jetzt wahrscheinlich nicht von dem Viech erwischt werde, ne? Sonst lädt es da jetzt immer wieder. Das heißt... Da ist er nämlich, der Kamerad. Kommt hier durch die Mauer. So. Hier ist nach wie vor zu. Ja. Kommt näher. Jetzt kann ich hier schon nicht mehr lang. Vermutlich muss ich es nachher, sobald er sich bewegt, auch nochmal irgendwie schaffen, das Ding nochmal zu drehen. Äh. Damit ich hier irgendwie rauskomme. Ja. Ja. Das ist ja nur auch interessant. Also es ist relativ offensichtlich, dass ich da irgendwie dran rumdrehen muss. Ich komme ja sonst wirklich nicht weiter hier. Es tut sich ja sonst nichts. So, das sieht auch ganz gut aus. Also einfach nur zügig drehen, wa? Bevor... Bevor... Oh nein! Warte, 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 warte. Bevor der Kollege kommt. Ja, ich... Moment. Ja, also ich sehe ein, dass ich relativ unentschlossen war, hin und wieder mal in dem Spiel, weil ich nichts verstanden habe. Aber dass man mich jetzt derart angehen muss, das sehe ich nicht ein. Aber sei es drum. Hier ist jetzt so nichts mehr zu finden, nehme ich mal an. Also hier gerade sehe ich jetzt nichts. Metronom. Jetzt weiß ich es wieder. Machen wir das Metronom aus. Geht nicht. Okay. Oh Gott, jetzt wiederholt sich dieser Raum immer wieder. Da steht jetzt auch mehr als ein Metronom, glaube ich, so wie es klingt. Es klingt nach mehreren auf jeden Fall. Ja, ja. Die ist zu. Ja. Gott, das wird ja immer mehr. Das ist ja... Das kann einen dann schon verrückt machen, ne? Und hier ist es wieder erstaunlich ruhig. Jetzt speichert es auch. Das heißt, unter Umständen habe ich was richtig gemacht. Jetzt habe ich einen Fahrstuhl gerufen. Ob der kommt, weiß ich nicht. Da ist ein Bild. Geräusche und Störungen. Okay. Damit habe ich das Vieh jetzt bestimmt wieder gerufen. Nicht? Oder? Egal. Ist mein Fahrstuhl da? Nö. Und was ist hier? Ah. So. Wo lang nun? Hä? Ach so. Vielleicht muss ich einfach zumachen. Nö. Ist da... Äh? Nee, ist auch nicht. Ah ja. Der bewegt sich jetzt auch wieder komisch, der Fahrstuhl, ne? Ist klar. Was? Was? Oh. 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 ok was ist das alles und blinkende lichter hier ok was haben wir da weiss auch nicht ja ja ich weiß nicht wie SOS geht leider so wirklich egal kann ich hier raus so wirklich nicht ne kann ich das wieder runter machen kann ich weiter fahren es geht weiter nehmen wir an dass das richtig ist nur was ich jetzt gemacht habe weiß ich nicht oder ob ich überhaupt was gemacht habe jetzt gucken wir halt an ok wieder ein tisch ein dokument wie lange ist es her ich kann mich nicht erinnern die erinnerungen verschwimmen ich verliere die kontrolle werde immer dünner während es immer weiter wächst jetzt es ist mich nicht los es ist mich nicht los ok ja 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 ja